Danke. Auch wenn ich nicht Mose bin, brauche ich eine Gehilfin in diesem Fall, damit ihr mich versteht. Wir haben eine kleine PowerPoint vorbereitet. Die soll euch aber nicht stören, sondern nur die Aufmerksamkeit noch aufrechterhalten. Sie läuft automatisch durch, passt manchmal nicht zum Text, aber das ist okay. Es ist für mich eine große Freude und auch eine Ehre heute Abend. Einen kleinen Beitrag zum Einstieg in unsere Gesamtkonferenz geben zu dürfen. Dafür danke ich den Verantwortlichen und Organisatoren des Kongresses. Wenn sich heute so viele Christen aus ganz Europa hier in Budapest zusammenfinden, ist dies allein schon ein mächtiges Zeichen der Gnade Gottes. Es ist bereits ein mächtiges Zeichen der Gnade Gottes, wenn heute so viele Christen aus der ganzen Europa zusammenkommen hier in Budapest. Hätte mir irgendeiner oder irgendeine vor 40 Jahren etwas von einem Europa ohne Grenzbefestigungen und Grenzkontrollen erzählt, ich hätte gelächelt, abgewinkt und mich meinen Studienverpflichtungen zugewandt, die gerade im September 1971 in dem beschaulichen Städtchen Bukow, 60 Kilometer östlich vom Berliner Brandenburger Tor, an einem theologischen Seminar begonnen hatten. One German sentence. If someone had told... Inofficial commentary. If someone had told me 40 years ago about a Europe without walls and border controls, I would have smiled and waved away the suggestion and turned to the obligations of my theological studies, which just started in September 1971 in a small contemplative town, Bukow, 60 Kilometer east of the Brandenburg Gate in Berlin. Die Mauer, eine abscheuliche Grenzbefestigung, die seit 1961 Deutsche aus Ost und West voneinander trennte, war so massiv, gewaltig, abstoßend und menschenverachtend, dabei von einem intoleranten Staatssystem errichtet und militärisch bewacht, dass die Fantasie weder der Deutschen in der BRD noch der Deutschen in der DDR ausreichend gewesen wäre, sich vorzustellen, sie stünde nicht mehr an ihrem Ort. The wall was called a protective barrier against fascists by the rulers and their ideology. It was an abominable fortification with separated east and west since 1961. It was so massiv, huge, repellent and inhuman, as well as constructed by an intolerant state system and guarded by military, that neither the visions of the Germans in the Federal Republic of Germany nor in the German Democratic Republic were sufficient enough to imagine, that the wall would be no longer at its place. Derartige Überlegungen, die Mauer könnte weichen, zusammenfallen, von Menschen abgetragen werden oder wie auch immer von ihrer Stelle verschwinden, lag außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft. Auch die Christen, die die unbegrenzte Kraft Gottes wissen, bildeten in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Um die Ungeheuerlichkeit eines solchen Gebildes auch nur annähernd ermessen zu können, nenne ich hier ein paar Fakten, die heute jeder sehr schnell im Internet unter dem Google-Stichwort Berliner Mauer wiederfinden kann. In order to demonstrate the monstrosity of the structure, I name a few facts which everybody can find in the Internet, in Google, under the term Berlin Wall. 160 Kilometer Grenze zur BRD. 46 Kilometer Mauer zwischen dem Ost- und dem Westteil der Stadt. 45.000 Einzelteile, 3,60 Meter mal 1,20 Meter. 2,75 Tonnen schwer, 116 Wachtürme, 450.000 Quadratmeter Todesstreifen. 45.000 individual parts, each 3,60 x 1,2 Meter large, 2,75 Tonnen heavy, 116 Wachttowers, 450.000 Quadratmeter of death zone or no man's land. 10.000 Grenzsoldaten und Offiziere sorgten für eine zeitliche und räumlich lückenlose Bewachung der Grenzanlagen. 10.000 Borderguards and Officers took care of surveillance without any exception in regard of time or place. Es wurden knapp 5.000 Fluchtversuche registriert und 239 Menschen fanden den Tod beim Versuch, die Grenzanlagen zu überwinden. 5.000 Attempts to flee were registered und 239 Menschen died, wenn sie versucht, die Grenzanlage zu cross the border fortifications. Die zu Anfang gehegte Hoffnung, es handele sich bei den Grenzbefestigungen um eine vorübergehende Maßnahme eines Staates, der versuchte, seine Bürger in seinen Grenzen zu halten, erwies sich als nicht tragbar. Ganz im Gegenteil, in den folgenden 15 Jahren, also bis weit in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, wurde die Mauer aus der Sicht ihrer Konstrukteure und Betreiber kompletiert und vervollkommnet. Sie sollte unüberwindbar werden von Ost nach West. Die Diktatur des Proletariats, das war die erklärte Herrschaftsform in der Deutschen Demokratischen Republik, hatte so ganz und gar nichts Demokratisches an sich. Sicher, im Oktober 1949, bei ihrer Gründung, fand das Wort demokratisch im Nameneingang. Doch weiter ging es nicht. Eine Regierung, die unter der Führung einer Einheitspartei die Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit ausführte, nahm mit der Errichtung der Grenzanlagen annähernd 16 Millionen Menschen in Kollektivhaft. Nun gab es kein Entrinnen aus dem Staatsgebiet der DDR. Wenn auch der Weg in Richtung Osten ins Lager der sozialistischen Bruderländer dem Grundsatz nach offen war, lebten wir in den geografischen Grenzen zwischen Oder und Elbe massiv eingeengt. Diese Einengung sollte nicht nur territorial vorgenommen werden, sondern sie sollte auch in Bezug auf die Gedankenwelt und die Handlungsmaximen der Bewohner ausgeweitet sein. This confinement was not only imposed in regard to territory, geographically, but was extended to the world of thoughts and guiding principles of action for all inhabitants. Was zu denken war, wurde ebenso durch die Partei und ihre Untergliederungen, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfasste, vorgegeben. The party and its subdivisions determined thinking in all areas of social life. Du sagst vielleicht, was ich denken und wie ich handeln werde, das bestimme immer noch ich selbst. Das kann doch nicht von außen über mich und meinen Willen hinweg bestimmt werden. Maybe you say, I determine myself what I think and how I act. Nobody else can impose ideas on me or determine what my will is. Sicher, du hast recht, so ist es. Und dennoch hat ein so übermächtiger Staatsapparat Wege und Mittel, den Einzelnen so einzuschüchtern, bis er schließlich in die innere Immigration flieht. Sure, you are right, so it is. And yet such a very powerful state apparatus has means and ways to frighten the individual in such a way that he finally flees into inner Immigration. Gefühlt wurde von uns Bürgern Hilflosigkeit, ein Ausgeliefertsein an die Mächtigen und viel, viel Angst. Sprachgeschichtlich wird das deutsche Wort Angst vom lateinischen Wortstamm angust. Tätigkeitswort angustus, einengen, mit dem Eigenschaftswort angustus, eng, schmal, engherzig und so weiter abgeleitet. Etymologically, the German word angust, anxiety, dervives from the Latin word angus, the word angustus, to constrict, and the adjective angustus, narrow, small, scarcely, narrow-minded, tight. Wir können also ganz getrost sagen, je kleinlicher und enger die Vorgaben in einem sozialen Raum sind, desto mehr Angst wird dort produziert werden. Das Monstrum Mauer war die dauerhafte Demonstration der Übermacht eines kleinkarierten, ideologisch überfremdeten politischen Systems. Die Menschen, die dieses Bauwerk vor dem Grenzübertritt zurückhalten sollten, hatten sich mit dem Status quo abgefunden. Wir lebten ja auch nicht schlecht in der DDR. Alles, was man zum Leben bedurfte und zum Überleben brauchte, war vorhanden und auch für den Einzelnen zugänglich. So hatten sich die Menschen in den 40 Jahren des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik in ihr eingerichtet. So the people adapted to the system during the 40 years of its existence of the German Democratic Republic. Sie waren heimisch geworden. In the process, they felt more and more at home, in a way. Auch hier bildeten die Christen keine Ausnahme. The Christians, also in this, were no exception. Für sie war es klar, dass sie, anders als sonst im öffentlichen Leben, Meinungsfreiheit und auch freie Meinungsäußerung in ihren Räumen nicht nur duldeten, sondern in hohem Maß förderten. Das Bild zeigt mir, ich muss ein paar Seiten überblättern. Geht aber nicht. Als ich mit 16 Jahren zum Glauben kam und damit in den Sozialraum einer Baptistengemeinde in Berlin, war das für mich nicht nur das Freiwerden von persönlicher Schuld und der Ruf in die Nachfolge, sondern auch das Neuwerden in den sozialen Beziehungen und meinem sozialen Verhalten. Wenn ich mit zunehmendem Alter die Ausmaße unseres Staatssystems deutlicher wahrgenommen habe, bin ich dennoch nicht zu einem Guerillakämpfer geworden, einem Menschen im Frontalkampf gegen das System. Vielmehr sah ich mich als einen, der im Auftrag Gottes dem Einzelnen nachgeht, Menschen aufsucht, die vielleicht ohne es zu wissen als Sucher nach Gott gelebt haben. Aber ich war auch nicht systemkonform. Das mag vielleicht daran deutlich werden, dass mich die Bürger der kleinen Stadt Buko, in der ich nicht nur studiert hatte, sondern auch als Pastor der Baptistengemeinde und Lehrer am Theologischen Seminar von 1975 bis zu meinem Unfall 1981 gelebt hatte, baten als Bürgermeisterkandidat für die ersten freien Gleichzeitigen und geheimen Wahlen nach dem Zweiten Weltkrieg im Mai 1990 zu kandidieren. Die Mauer, von der keiner gedacht hatte, dass sie einmal fallen würde, öffnete sich unter dem Druck der friedlichen Revolution in der DDR. Sie begann mit den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der Republik. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang an die einstürzenden Mauern von Jericho erinnert. Der Vergleichspunkt hierbei ist natürlich der, dass Gott jene Mauern in Jericho und diese hier in Berlin niedergerissen hat. Nicht ohne uns Menschen. Sicher aber doch so, dass sich kein Mensch rühmen kann. Weder einen einzelnen Menschen noch eine Menschengruppe kann man in einem direkten, kausalen Zusammenhang mit diesen sich entwickelnden Ereignissen bringen. Eines steht fest, und das bekennen wir in der Rückschau. Gott selbst war der Handelnde. Deshalb möchte ich noch eine kleine Lanze für die Menschen mit Besonderheiten brechen. Menschen mit Besonderheiten, das sind wir doch alle, wirst du sagen. Und ich sage, richtig. Leider werden bis heute Menschen mit Besonderheiten immer noch als Menschen mit Behinderungen bezeichnet. Eine solche Benennung bringt es mit sich, dass Mauer aufgebaut werden. Die Mauer lautet, du bist anders und deshalb gehören wir nicht zusammen. Diese Mauern in den Köpfen ausfindig zu machen und zu zerstören, erscheint mir fast noch schwieriger, als die Berliner Mauer zu Fall zu bringen. Was uns voneinander trennt, sind meist nicht objektive Barrieren. Die gibt es tatsächlich auch. Sie sind aber oft genug technischer Art und damit leichter zu beheben. Häufiger trennen uns Vorurteile, fertige Meinungen, die wir uns über Personen, Personengruppen, ethnische Zugehörigkeiten, konfessionelle Bindungen, politische, ideologische Zuordnungen und so weiter und so weiter zurechtgelegt haben. Diese zu überwinden, bedarf einer urchristlichen Tugend, der Buße. Das sollte der Beitrag der Christen von Europa, für Europa, ja, für die Welt sein. Das sollte der Beitrag der Christen von Europa, ja, für die Welt sein. Wir können uns beugen vor Gott und unter seine schwere Hand. Damit meine ich keine falsche, weil heuchlerische Demut. Vielmehr so, dass wir mit den Worten des Evangeliums bekennen, Das kann aber eben erst gesagt werden, nachdem wir alles getan haben, was uns aufgetragen war. Nicht vorschnell. Aber das kann nur gesagt werden, nachdem wir alles getan haben, was uns zu uns gefordert wurde. Nicht primitiv. Wir können es auch mit einem Bekenntnis aus der neuesten Kirchengeschichte Deutschlands tun, dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche von 1945, das trotz der bekennenden Kirche und ihrem Widerstand gegen das Dritte Reich formulierten die Christen dieser Kirche. Wir können auch sagen, mit den Worten der Konfession von modernen Kirche der Stuttgarter Schuldbekenntnis der Kirche von 1945, die wurde von den Christen der Kirchen von Deutschland formuliert, in spite der Konfessung der Kirche und der Stuttgarter Schuldbekenntnis gegen das Dritte Reich. Und, zitat, We did fight for long years in the name of Jesus Christ against the mentality that found its awful expression in the National Socialist regime of violence, but we accuse ourselves for not standing to our beliefs more courageously, for not praying more faithfully, for not believing more joyously, and for not loving more ardently. Wenn wir in einer solchen Haltung an die anstehenden Probleme unserer Tage herangehen, können wir als Christen mit einer keineswegs ruhmvollen Geschichte zum Zeichen der Hoffnung für die Welt werden, wie es uns von Jesus Christus zugesprochen worden ist. Wenn wir die Probleme unserer Tage mit so einer Art und Weise befinden, werden wir als Christen, mit keinem Grund eine glückliche Geschichte, become a sign of hope for the world, as Christ has told us, you are the light of the world. Thank you. Applaus Applaus Vielen Dank.